Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mathe mit der Möhre. In diesem Video geht es um das Vervielfachen und Teilen von Brüchen. Das bedeutet, dass man Brüche mit einer ganzen Zahl multipliziert oder durch eine ganze Zahl dividiert. Wir schauen uns zuerst mal das Vervielfachen von Brüchen an. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung habe wie 4 mal 1,5, was gibt es? Also, ich kann mir das ja vorstellen, dass ich eine Hälfte habe und 4 davon nehme. So, das bedeutet, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Hälften und das muss ich jetzt einfach zusammenzählen. Also, was erhalte ich dann? Ich erhalte eben genau 4 Hälften und das kann ich kürzen zu 2 Ganzen. Ja, also das sieht man hier auch gut, wenn ich die jeweils 2 Hälften zusammenlege, erhalte ich immer ein Ganzes, also erhalte ich insgesamt 2 Ganze. So, wie kann man das denn jetzt ganz konkret rechnen? Und da werfen wir hier mal einen Blick auf die Rechnung hier unten. Wir haben 4 mal 1,5, ja, ist die Rechnung und das Ergebnis ist 4,5. So, was wurde denn jetzt gemacht? Wir schauen mal den Nenner an. Der Nenner ist gleich geblieben. Ja, der ist immer noch 2 und der Zähler, ja, ist jetzt statt 1, 4. Das heißt, der wurde mit dieser ganzen Zahl multipliziert. Und das ist auch schon die Regel, wie man Brüche mit einer ganzen Zahl multipliziert. Und zwar sagt uns hier die Möhre nochmal genau, wie es geht. Multipliziert man eine ganze Zahl mit einem Bruch, dann wird die ganze Zahl mit dem Zähler multipliziert und der Nenner wird beibehalten. Das heißt, die 4 multipliziere ich mit der 1 und die 2 behalte ich als Nenner einfach bei. Anschließend kann ich natürlich noch kürzen, sodass ich dann hier 2 Ganze erhalte. So weit, so einfach. Das Dividieren ist auch nicht schwieriger. Also, wie geht es mit dem Teilen von Brüchen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rechnung habe, 1 halb geteilt durch 3. Auch das schauen wir uns erstmal wieder grafisch an. Das heißt, ich habe hier eine Hälfte und teile die in 3 gleich große Teile und nehme dann 1 davon. So, welcher Anteil bleibt denn da jetzt übrig? Um das rauszufinden, vervollständigen wir hier dieses halbe Mal zu einem Ganzen. Und jetzt müssen wir nur noch zählen, welchen Anteil hier die rote Fläche am Ganzen hat. So, wir haben jetzt 6 gleich große Teile und nehmen 1 davon. Das heißt, wenn wir 1 halb durch 3 dividieren, erhalten wir genau 1 Sechstel. So, und auch hier schauen wir nochmal ganz scharf auf die Rechnung, ob wir da nicht rausfinden, wie das Ganze funktioniert. So, wir gucken mal den Zähler an. Der Zähler ist gleich geblieben. Der ist immer noch 1. Aber der Nenner hat sich jetzt verändert. Der ist statt 2 jetzt 6. So, wie können 2 und 3 zusammenhängen, dass man auf 6 kommt? Ja, man muss einfach 2 mal 3 rechnen. Und das ist dann auch schon die Regel, wie man Brüche teilt durch eine ganze Zahl. Auch das erzählt uns nochmal die Möhre. Dividiert man einen Bruch durch eine ganze Zahl, dann wird die ganze Zahl mit dem Nenner multipliziert und der Zähler beibehalten. Ja, das heißt, wenn ich vervielfache einen Bruch, dann multipliziere ich den Zähler mit der Zahl und behalte den Nenner bei. Teile ich einen Bruch durch eine ganze Zahl, dann behalte ich den Zähler bei und multipliziere den Nenner mit der Zahl. Und das ist auch schon die ganze Regel. Ja, und das ist eigentlich total einfach, wenn man sich einmal gemerkt hat, wie das geht. Natürlich schauen wir uns jetzt mal hier noch zwei Beispiele an. So, Beispiel 1. Hier sollen wir berechnen 3 Viertel mal 5. So, wir multiplizieren hier mit einer ganzen Zahl. Das bedeutet, wir behalten den Nenner bei und multiplizieren den Zähler mit der 5. Das heißt, oben steht dann 3 mal 5 und unten steht die 4. Und jetzt müssen wir nur noch das ausrechnen, was im Zähler dann rauskommt. 3 mal 5 ist 15. Also erhalten wir als Ergebnis 15 Viertel. So, Beispiel 2. Hier sollen wir 5 Viertel durch 7 teilen. So, teilen bedeutet, wir behalten den Zähler bei und multiplizieren den Nenner mit der 7. Das heißt, oben steht jetzt 5 und unten steht 4 mal 7. Denn auch das müssen wir jetzt nur noch ausrechnen und erhalten hier 5 Achtundzwanzigstel. So, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden, denn jetzt seid ihr dran. Eine Übung findet ihr in der Videobeschreibung.